Wie ist die Realität? Aufs Wetter legen, soll sich angeblich verändern und soll Regen geben. Also warten wir es ab. Ich werde euch unterrichten den Tag über und ihr seid ganz einfach mittendrin statt nur dabei. So und mit einem kleinen Rundblick möchte ich mich jetzt mit dem Beginn der Realität hier verabschieden. Am Strand von Maspalomas heute Morgen gerade eben einen wunderschönen Sonnenaufgang erlebt. Von Kalima keine Spur. Und so sieht das jetzt heute Morgen aus. So und seid gespannt was noch alles kommt. Auf jeden Fall wird es interessant. Der zweite Teil der Realität, ja jetzt um die Mittagszeit, es tröpfelt tatsächlich ein bisschen. Also wenn da mal ein Tropfen auf der Linse ist und das Bild dadurch ein bisschen verschwommen, dann wisst ihr auch warum. Wir fahren jetzt ganz einfach mal und schauen, wie es so aussieht hier im Gemeindebereich Maspalomas. Wir werden sicher von anderen Bereichen heute erfahren, wie das Wetter da ist. Und jetzt fahren wir erstmal Richtung Riesenrad. Das gibt es nicht mehr. Nein, das ist jetzt nicht komplett abgebaut, aber es ist noch ein bisschen was. Ein bisschen was zu sehen, aber nicht von hier aus. Also optisch ist es weg. Nur noch das Bodengestell mit der Hauptachse ist zu sehen. Sicher wird das wieder zurückkommen und in einem wunderbaren Lichterglanz erscheinen. Die machen ja da auch bestimmt was an der Beleuchtung. Also es wird ein bisschen mehr Tropfen jetzt hier. Jetzt ist halt die Frage, welche Wolke bringt denn Regen? Ist aber jetzt nicht tragisch. Von Regen kann man nicht reden. Nein, nur die Medien, die spielen das Ganze natürlich ein bisschen hoch dann. Ja und wenn ich jetzt sagen müsste, ich fahre der Sonne entgegen. Im Moment nähe ich ihn jetzt hier nicht, es nieselt hier nicht. Nein, schönes Wetter. So und wir sind jetzt hier unterwegs Richtung Leia del Inglés. So und wir fahren jetzt die Straße und die führt direkt zum Strand. Flüsterasphalt ist es nicht. Das ist alles sehr laut hier mit diesem Kopfsteinpflaster. Man ist auch dabei, das Ganze schon wieder zurückzubauen. So, die Realität hier am Hotel Neptuno vorbei. Viele, viele sind diesen Weg schon hunderte Male gegangen. So, wir fahren heute nicht zum Strand, das machen wir morgen. Das heißt, morgen ist wieder Strandtag. An der Kaspar hier entlang am Hotel Koka. Hier geht es auch relativ schnell mit einem Fußweg zum Strand. Das heißt, wenn jemand hier wohnt, dann muss er jetzt nicht den Hauptweg, die Straße wählen, sondern er kann hier relativ einfach und bequem an der Kaspar vorbei, an der Metro. Der Supermarkt hat noch offen, ich zeige es euch, am Amazonas vorbei. Das ist eine Sackgasse, aber hier kommt man relativ schnell Richtung Strand, Richtung Anexodos. Hier ist es auch beschildert, der Weg zum Strand geht nach links hier. Ich zeige es euch gleich. Hier geht es zum Strand. Dann ist man relativ schnell am Anexodos. Bekannt auch dieses Apartmenthaus Las Tunas und das Amazonas. Ja, da gab es mal ein schönes Oberapartment zu verkaufen. Und das war aber auch ganz schnell weg dann. Ja, die Realität heute unterwegs. Wir wollen ja sehen, was das Wetter macht. So, hier das älteste Apartmenthaus, das es in Playa de Ingles oder eines der ältesten gibt, das Las Arenas. Eine schöne Dachterrasse, große Apartments, noch ein schön Balkon. Also, es steht immer ein bisschen im Schatten der anderen Hotels, aber ich sage, es ist schön. Hier am HL Suites vorbei. Das ist übrigens jetzt die Straßenführung geändert. Hier ist der Atlantic Beach Club. Da gibt es auch einen Aufzug. Zwei verschiedene, die nach unten führen auf das Straßenniveau. Wir fahren jetzt hier die Kaie Helsinki rein. Richtung Hotel und da ist auch wieder Sackgasse, aber hier hat man einen schönen Blick und hier kann man auch gut was sehen. Der direkte Zugang hier am Hotel Coralium Dona Mar bei Lopezan Hotels. Und dann sind wir auch schon direkt am Wasser, da wo wir eigentlich hinwollen. Ja, für mich der normale Weg. Also nicht der Weg hier, sondern das Spazierengehen, das Laufen. Nero Cocktails & Food, hier das Restaurant. Hier ist richtig was los, hier auf der Gasse. Ja, die Menschen sind vielleicht dann doch etwas überrascht vom Wetter und sagen, naja, ob es der Strandtag ist heute. Seht selber. Hier unter uns wird ja der Strandweg, kann man nicht sagen, der Hang wieder instand gesetzt. Das war ja schon ganz schlimm, wie das ausgesehen hat. Solange die Wassersportler da ihre Aktivitäten haben, kann das Wetter nicht so schlecht sein. Jetzt schauen wir mal, aber die Bojen sind drin. Mal sehen, ob man ein bisschen was erkennt. Also die Wetterlage, sage ich jetzt mal. Da ist das Schiff von heute Morgen. Glaube ich jedenfalls. So, hier ist jetzt Baustelle. Hier gibt es jetzt sozusagen Erdbewegungen. Richtig massive Erdbewegungen. Schauen wir uns alles morgen von der anderen Seite an. Ja, hier hat man schon die Mauern gezogen, die Stützmauern. Also das schaut auf jeden Fall schon mal wesentlich besser aus, wie vorher. Ja, Baustelle am Strand, an Exodos, so heißt sie im Volksmund. Und was dann gemeint ist, das seht ihr hier. Hier wird ein schönes Plateau entstehen, eine schöne Terrasse nehme ich an. Das schaut schon mal ganz gut aus. So, und jetzt geht es wieder in die andere Richtung. Auch mal ein bisschen neugierig hier reingucken. Und wer mehr sehen möchte, der schaut sich die 360-Grad-Videos an. Da habt ihr die Möglichkeit, ein bisschen mehr zu sehen. Und mittendrin statt nur dabei. Ja, die Wolken da oben, die verheißen nichts Gutes. Aber dann schauen wir lieber in die andere Richtung. So, hier kommen die Zubringerbusse an, der Strand-Shuttlebus, die sozusagen von den Hotels die Gäste hier bringen. Das ist keine offizielle Global-Bushaltestelle. Hier auch das bekannte, ja, Lokal-Oskars-Tanz-Pub bei Günther Siebert, hier im Hotel Dunamard. Ja, seit vielen Jahren eine der besten Adressen zum Ausgehen abends. Ja, ich habe Gäste gehabt, die da mehrmals in ihrem Urlaub waren und waren sehr zufrieden. Dann den Tiroler Stahl gibt es, dann die Terrasse vom Lucky Pedros Terrassa. Im Hotel Tropical gibt es eine Tanzterrasse. Also, man hat schon ein bisschen Auswahl hier. So, wir gehen wieder zurück, hier Richtung Las Arenas. Ja, das Las Arenas hat eine lange Geschichte. Da kann man auch was nachlesen über dieses Hotel. Und da gibt es Bilder, da war das das einzige Hotel am Platze. So, und wir fahren jetzt ganz einfach noch ein bisschen in Erinnerung schwelgend. Hier geht es direkt zum Restaurant Nero, beziehungsweise zum Oscars-Pub. McLaren, ja, das braucht man auf der Insel. So, hier das Suite Hotel Splia de Inglés, immer eine gute Adresse. Und jetzt fahren wir zum Hotel Tropical und da werde ich dann die Realität auch beenden. Also, und wenn es dann natürlich noch wettermäßig was gibt, dann sind wir ganz klar mit dabei. So, also hier, die bekehrteste Meile hier in der Ecke, der fährt nach Telde, der 36er eine Frau fährt. Die können das mindestens genauso gut wie die Männer. Ja, und das Ausweichen der Busse ist natürlich manchmal nicht so einfach, weil die Touristen mit ihren Leihwähnen überhaupt keine Ahnung haben, wie schwierig das manchmal für die Busfahrer ist. So, und wenn der Bus jetzt Leute ein- und aussteigen lässt, ja, dann muss der warten, weil er blockiert wird von einem fremden Bus. Aber das geht eben nicht anders und deswegen nicht aufregen. Einfach hinnehmen. Die müssen ja auch irgendwo halten. Auch wenn sie es offiziell nicht dürfen, aber was bleibt denen anderes übrig, Leute ein- und aussteigen zu lassen. Besser wie auf der Straße. So, das war jetzt der zweite Teil der Realität. Und ich sage, Busfahren ist interessant auf Gran Canaria. Einfach, bequem, sauber, schnell und vor allen Dingen preiswert und sicher. Damit sage ich jetzt erstmal, Asta Lojigo. Hallo zusammen, ihr Lieben. Ja, der Kalender 2025 Gran Canaria von Harry und natürlich auch unser Plan B hier mit den besten Ausflugszielen auf der Insel. Und ich möchte mit euch noch einmal hier im Plan B ein bisschen blättern. Ja, hier sind Ausflugsziele drin aus den verschiedenen Bereichen der Insel. Dann haben wir natürlich auch, ja, andere Ausflugsziele drin wie die Meerespools im Norden. Da werdet ihr ganz viel darüber finden. Agimes, die Kaffeeplantagen, die Strände, ein paar Specials. Hier natürlich auch nochmal die Meerespools im Osten, wenn da jemand gerne hin möchte. Und alles beschrieben mit den Fahrtrouten, mit den Autorouten, wie man hinkommt und natürlich, wie gesagt, auch mit den Busverbindungen, Buslinien. Wer sich interessiert, schreibt mir doch ganz gerne eine E-Mail. Und ja, wer sich für den Plan B interessiert, der ist damit gut beraten. Die Busverbindungen, die es so gibt, einzeln aufgeführt mit Umsteigemöglichkeiten und vielleicht auch das ein oder andere Unbekannte. Zum Beispiel hier Moja, hier Pasito Blanco, ein wunderbarer Ausflug. Ja, das sind gute 25 Ziele mit Specials vom Plan B. Und ja, hier haben wir ihn, den Kalender. Den Kalender 2025 mit zwölf wunderschönen Fotos. Januar, Februar, ja. Und dann geht es mit dem März natürlich weiter. Wir springen mal auf den Juli. Auch ein tolles Bild. Ja, also von jedem Monat etwas dabei. Für jeden etwas dabei. Vielleicht habt ihr auch euren Lieblingsmonat. Und ich habe auch mein Lieblingsbild gefunden. Und zwar, das ist der Dezember mit dem kleinen Eyecatcher. Frohe Weihnachten. Und wie gesagt, beides zu bestellen. Plan B und der Kalender 2025. Schreibt mir einfach eine E-Mail oder in den Kommentaren. Wie gesagt, da sind diverse Ausflugsziele drin. Ihr könnt euch da, ja, das ein oder andere Schöne aussuchen. Auf der Rückseite unseres Kalenders ist nochmal so ein, ja, so ein Zusammen, so eine kleine Zusammenfassung. Da ist noch unsere Tara verzeichnet. Einfach nochmal als kleiner Gruß hier an dieser Stelle. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit beidem. Wer möchte, gerne bei mir bestellen. Bei meiner E-Mail-Adresse wird mit aufgezeigt. Und dann könnt ihr alle Informationen bekommen.